Hallo und herzlich willkommen an dich da draußen. Wir sind hier am 2.7. Freitag in Bochum, genau genommen hier in Hattingen, auf der Burg Blankenstein. Hier ist jetzt das ganze Orga-Team versammelt, um jetzt den morgigen Umzug, morgen 13 Uhr, 3.7. in Bochum zu planen, final zu besprechen und wir warten jetzt quasi nur noch ganz kurz auf die gesamte Freigabe vom Team. Schaut euch mal hier ganz kurz um, wunderschön hier oben. Ihr seht ja, ganz tolles, ganz tolle Bilder heute, wunderschöne Umgebung. Wir haben jetzt hier einen Experten, der natürlich genau, wenn wir hier sind, mit dem Rasenmäher loslegen muss. Das stört uns aber jetzt auch nicht. Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, möchten euch aber dieses Bild hier nicht vorenthalten. Ganz genau geht es darum, dass du morgen möglichst da bist. Es geht um 13 Uhr los. Umzug, informiert euch, geht im Querdenken Bochum. Es geht einfach um Folgendes. Wir haben ganz krude Auflagen bekommen, zum Beispiel viele, viele Toiletten hinzustellen für die Demonstration. Umzug ist genehmigt. Die Demonstration ist geplant. Die findet dann im Nachgang nach dem Aufzug statt und danach gibt es noch eine Überraschung, wie versprochen. Wir sind guter Dinge. Es ist nichts verboten worden. Sie machen halt sensationell lustige Sachen mit rein in die ganzen Verordnungen. Unter 1000 Personen kein Maskenzwang auf der gesamten Veranstaltung. Über 1000 Personen, möchte ich auch wissen, wie sie das dann feststellen, wahrscheinlich zählen sie durch, wer wann wie wo man eine Maske aufsetzen muss, bei welcher Veranstaltung, finden wir alles dann quasi live raus. Seid einfach da mit mir morgen. Ich werde euch wie am 1.8. oder am 24.7. wie letztes Jahr wirklich gute Musik um die Ohren hauen. Wir machen einen riesen Umzug mit den riesen Boxen, mit dem riesen LKW. Wir lassen es richtig krachen. Ich würde dir empfehlen, schau dir das morgen tatsächlich an. Was du da siehst, was du mitnehmen kannst, was du hörst von mir, wird super versprochen. Ich tue mein Bestes. Nein, ich tue nicht nur mein Bestes, ich mache einfach mein Bestes an der Stelle und freue mich, wenn du da bist. Das heißt, gute Laune mitbringen, Geduld mitbringen, viel Liebe mitbringen und ganz klar Stargast morgen, Bodo Schiffmann. Ich bin sehr gespannt. Wir sind guter Dinge, dass das alles gut vonstatten geht. Es ist alles genehmigt. Es gibt keine Vorzeichen, dass irgendwas hier noch in letzter Minute kaputt gemacht wird. Sieht nicht so aus. Deswegen, du bist bitte morgen in Bochum ab 13 Uhr. Dann die große Veranstaltung mit Bühne etc. Danach anschließend, ich denke ca. 15 Uhr, 16 Uhr. Je nachdem, wie wir da ankommen, geht es dann los. Deswegen seid du dabei. Ich freue mich auf dich. Bis morgen.